Ich war gar nicht darauf vorbereitet. Diese Gefühle haben mich total überrumpelt. Das ist die berühmte biologische Uhr. Nicht nur die biologischen Uhren haben sich weiter gedreht für die Menschen in einfach Liebe. Die Zeit der Partnersuche ist vorbei. Jetzt heißt es, den nächsten Schritt gehen. Gemeinsam eine Zukunft aufbauen. Wie die auszusehen hat, darüber gehen die Meinungen allerdings doch sehr auseinander. Was ist los mit deiner Generation? Wie? Wieso wollt ihr gleich alles rausreißen und ganz neu gestalten? Das ist doch völlig... Hey, was geht denn mit dir? Auch in der neuen Staffel stehen wieder drei Paare im Mittelpunkt. Sie gehören unterschiedlichen Generationen an und haben doch eines gemeinsam. In allen Beziehungen spielt plötzlich das Thema Kinder eine große Rolle. Am vordergründigsten bei Clara und Peter. Ich fahre wieder zur Arbeit und helfe ein paar Kindern auf die Welt. Komm schnell wieder. Für die erfolgreiche Oberärztin Clara läuft es beruflich bestens. Auch privat scheint sie mit dem charmanten Peter den Jackpot gezogen zu haben. Sie sind ein glückliches Paar. Wäre da nicht Claras unerfüllter Kinderwunsch. Und dahin ist unsere Chance für diesen Monat. Seit einem Jahr probieren es die beiden schon und überlassen dabei nichts dem Zufall. Das bedeutet Sex nach Plan. Für Clara der absolute Lustkiller. Ich finde es nicht besonders spaßig, mich in der Mittagspause zu verdrücken, weil der Kalender sagt, dass ich Sex haben muss. Es gibt viele Leute, die dafür bezahlen würden, in der Mittagspause mit mir Sex zu haben. Immerhin ist Clara schon 38 und die biologische Uhr tickt. Du musst nicht durch die Welt laufen, während dir permanent die Angst im Nacken sitzt. Woher weißt du, dass mir nicht die Angst im Nacken sitzt? Du bist ein Mann. Ihr habt keine Angst und vor allem habt ihr keine Eier mit einem Verfallsdatum drauf. Doch, im Kühlschrank. Claras jüngerer Bruder Aaron hat derweil ganz andere Probleme. Der frischgebackene Vater sucht gerade mit seiner neuen Freundin Jenny eine eigene Wohnung. Tupac sagte, nur weil du in der Vorstadt wohnst, heißt das nicht, dass du nicht wachsen kannst. Doch da ist auch noch Elsa, Aarons Ex-Freundin und Mutter seiner Tochter Lola, mit der er sich das Sorgerecht teilt. Für Aaron ist es nicht immer einfach, beiden Frauen gerecht zu werden. Ich finde nur, du hättest nicht rangehen müssen, als Elsa angerufen hat. Sie ist die Mutter meiner Tochter. Wenn sie anruft, muss ich rangehen. Das weiß ich ja, aber ich habe das Gefühl, dass sie immer dazwischenfunkt, auch wenn es nicht um Lola geht. Eigene Wohnung, eigene Familie, das alles kostet Geld. Nicht eben hilfreich, wenn man wie Aaron in einem Job festhängt, der aus Akten sortieren und Kaffeekochen besteht. Hilfst du mir jetzt mit ein bisschen Geld für den Eigenanteil aus oder nicht? Es ist viel Geld, Aaron. Ziemlich viel Geld. Klaras und Aarons Vater steht gerade selbst vor einem neuen Lebensabschnitt. Nach dem schmerzlichen Verlust seiner Frau hat er in der lebenshungrigen Anita eine neue Liebe gefunden. Und Anita möchte, dass Stan endlich zu ihr zieht. Wir haben uns entschieden, miteinander alt und grau zu werden. Wäre es nicht herrlich, das Gefühl zu haben, in allem eins zu sein, während wir auf dieser Erde wandeln? Stan reagiert zurückhaltend. Will er diesen Schritt wirklich schon tun? Ich will den Drops einfach noch ein bisschen nutzen. Außerdem scheint Anita irgendwas zu verheimlichen. Nein, das dauerhafte Liebesglück fällt in einfach Liebe keinem so einfach in den Schoß. Auch in der neuen Staffel zeigt sich, Liebe ist nur selten einfach. Aber sie ist immer eine Herausforderung, an der man wachsen kann. Egal, ob als Teenager oder Rentner. Aber sie können.